Fernangriff, das heißt Artillerie oder... ...Gradar hoch... HUA! HUA! Hat's ja Pass ihm grade... ...gepasst? Denn ich hab ihn grade in die Luft gesprengt und Jake erschreckt sich. Ja, auf einmal stürzt die ab hier! Bron터! Grag, 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 grag! Das ist fenitaus tutorials! Ja, dass cool ist! Da ist mein Name! Mein Name! Mein Name! Mein Name! Mein Name! Mein Name! Wenn... Äh... HALP! Okay... So, ich war... Äh... Okay, doch mal, wenn es versteht... Die Flugzeuge kommen schon! Jetzt die Gas... Tasche... Tankstelle! Gastasche! Nee, ist die Gastasche! Das ist die Leiche... Ist das Wolf oder bist du das? Ah, was aber... Äh... Nee... Ah... Fieser, warum bist du... Ähm... Blinden! Auf dem Boden! Kann man doch auch anders lösen! Ich bin hinten! Ähm... Ähm... Ja... Ja... Die sind auch auf deiner Seite! Stimmt! Wo du grade ein Foto schickst von einem Kuchen! Ich hab Kuchen in meinem Kühlschrank. Von wo? Oh. Warte, warte, warte. Ich hol mir die japanischen Panzer. Also. Oh! Oh, es! Äh, Fred schießt, was? Panzer, hinter dir. Direkt hinter dir. Äh. Den guckt sich deinen Arsch an. Ja, ja. Lebst du noch? Ja, ich leb noch. Er hat mich überhaupt nicht gesehen. Dennis? Ja. Tot. Oh, gut. Wer stand denn hinter mir? Wie? Da! Oh, das ist grad er! Tiger 1 hat mich gewöhnt. Ja, ja, ja! Juhu, ja! Juhu, 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 Juhu! die Gäste wenn ich mehr bei ihnen mit der Stadt mit Aufford aber auch auch auf der Reihe und überlebt so richtig nicht ich stand hinter ich spüre ihm ich hab's dir gesagt wir konnten soviel scheiße laut auf dem fuß zu tun machen geniebe ist desilatiert nicht mal ne minute lag ich in diesem scheißhaus und schon ich lebe noch ich lebe noch ich hab ich hab ich hab ich hab niemals auf dem panzer ha lebe noch lebe noch danke ah bin tot ok knapp danke ok runter geholt feindlicher panzer auf dem auf dem der 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 er ich hab munition wirklich du hast jetzt nicht überlebt oder doch 20 leben du willst mich verarschen ey, ich krieg jetzt fast zu dir gekugelt Gasse links, Panzer nerzig Rolando kaum, ich bin jetzt auch ein Anti-Panzer-Panzer ein Anti-Panzer-Panzer ein Anti-Panzer-Panzer au so viel kannst du nicht ah ja mich hat er jetzt auch aber meine Granate hab ich auf oh, Polzern hier vorbei oh, ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot tschüss ja warte, Panzer hinter mir oh oh, der hat auf mich abgesehen Tanny, Tanny, Tanny geht grad nicht, ich beschieße jemanden oh was ja, eine Sniper mit für dich also okay ich bin nicht jeder Sniper Dennis, das ist ein Panzer oh oh ah, auf der Brücke die Tür die sind feindliche Fahrzeug von mir äh wow von dem Silo oben von dem Silo oben von dem Silo oben mhm ah, links, ne ja hier schritten äh, ich werde gemässert ich wurde vom Panzer geholt Okami Chimgami hat mich jetzt geholt ja, dieses ist ja geil Kannst du jetzt mal aufhören? Ich locke dich nur zu uns was 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 war hallo 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 ich hab ein JaVu ist das nicht jeder von wohin? hallo Ist wieder da? DejaVu oh lai hahh das war ein clip wert, alter DejaVu ich hab heute schon mit der Stelle dabei warte mal, ganz kurz Dennis soll ich die Zeit einfach ein bisschen langsamer stellen damit das noch schafft das fertig zu haben ohne die cheats, was ihr da machen nein, das ist Vorausplan ich habe ein kleines problem wofür? ich habe die palette verloren ich weiß nicht wie die palette ist hä? der hat dich doch gerade in der hand du hast du das? ja was? wie habe ich jetzt die palette ohne verloren du musst halt nur ein bisschen rum ich hatte dich noch in der hand und dann auf einmal was denkst du welche tiere ich mitnehmen soll? äh jonas ich habe einen honig gefunden komm auf den dach nein wie habe ich das jetzt geschafft? steinsohlen ich wurde gesichtet ich bin beim flach ja da ist kommt ein typ ja René hilf ja ich brauche ein bisschen ja ich muss im kreis drehen ich muss mich im kreis drehen mach 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 weiter mach weiter machst du ihn? nein a few moments later wo ist er hin? er ist irgendwie in den gang lang er kommt oben rum ich drehe mich nicht er ist tot habe ich nur gesehen um angebot die prozente ja trotzdem ich bin nichts leisten ich überlege gerade schon irgendwie irgendwie mit irgendwie irgendwie mit ja ja war wir sieben ich du ja nein keine zwei sekunden der dankeschön tödlicher treffer was war das also geschossen ja ich sehe seine kameraden also ich meine jetzt nicht die kamerinnen ist es kein arsch ich sie dort ab also ich lebe doch hier sind ist aber wieder einer mit waffe wo steht dort gut und Raketenwerfer Basuka ja ich war von hinten weil der Eingang bis hinten oh nein und wo ja schon nochmal ja schon nochmal aber sie hat mich noch nicht anrufen was wollte sie scheiße ich wollte scheiße ok nein auch noch unsere arena aber die kannst du dir später ansehen ich will ja nichts sagen aber willst du mich verarschen sie willst mir um die säule klaufen die sind beam guck mal hier was ist dort ah geil anhänger da kann man den drauf warte oh das sieht aber fester aus wenn du jetzt leider dabei hättest könnten wir hochgehen äh hab ich nicht äh ich auch nicht aber ich habe 57 richter bei wo 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 Bis zum nächsten Mal.